Hallo und herzlich willkommen zu dieser Open Up Masterclass zum Thema Konzentration und Produktivität. Ich bin Eva, ich arbeite als Psychologin bei Open Up und ich werde euch heute durch diese Masterclass führen. Wir werden in dieser Masterclass darüber sprechen, was Herausforderungen in diesem Themengebiet sein können. Wir werden uns die Wissenschaft hinter Produktivität und Konzentration anschauen und auch über die Grundlagen von Produktivität sprechen, nämlich Zielsetzung und Prioritätensetzung. Und natürlich könnten wir diese Masterclass nicht geben, ohne uns auch ein bisschen mit dem Thema Prokrastination zu befassen. Also darum, dann geht es darum, was Prokrastination ist, warum wir das tun und wie wir damit umgehen. Zuerst also zu den Herausforderungen. Wir bekommen bei Open Up sehr viele Fragen zu dem Thema Konzentration, also wie kann ich mich länger konzentrieren? Wie kann ich bei der Sache bleiben? Oder Fragen von Leuten, die sich schnell ablenken lassen und Probleme damit haben und gerne produktiver sein wollen. Und das hat verschiedene Gründe. Zum einen fühlen wir uns ständig im Einsatz, gerade jetzt nach der Pandemie mit dem hybriden Arbeiten, kann es dazu führen, dass wir ständig und von überall aus arbeiten können und vielleicht auch müssen. Da kann es viel schwieriger werden, abzuschalten und diese Energie, die wir darauf verwenden, produktiv zu sein und zu arbeiten, wieder aufzutanken. Auch im Privatleben ist viel los und dadurch kann das Gefühl erstehen, dass wir immer auf Sendung sind. Ablenkungen spielen auch eine große Rolle, gerade heutzutage, wo die Telefone und Apps so konzipiert sind, dass sie unsere Aufmerksamkeit einfangen und so lange wie möglich gefangen halten. Und das schnelle Wachstum und die Veränderung in Unternehmen, also in der Arbeitswelt spielen da auch mit rein. Das ist eine große Herausforderung. Unternehmen wachsen schnell, viele Unternehmen schließen sich zusammen, was zu neuen Rollen, neuen Verantwortungen und neuen Aufgaben führt. Da kann es ganz schön schwierig sein, produktiv zu bleiben und konzentriert bei der Sache zu bleiben. Eine große Herausforderung stellen auch Annahmen und Glaubenssätze im Bereich der Produktivität dar. Wir hören sehr viel von Klienten, dass sie davon ausgehen, dass wenn sie 40 Stunden die Woche angestellt sind, auch 40 Stunden 100 Prozent produktiv sein müssen und konzentriert bleiben müssen. Das kreiert ganz schön viel Druck und macht es noch schwieriger, da dadurch Frustration entstehen kann, wenn wir uns ablenken lassen, was eigentlich nur menschlich ist. Und der größte Fehler dabei, den wir dabei sehen, wenn wir an Produktivität arbeiten, wenn also Leute versuchen, mehr bei der Sache zu bleiben, ist, dass wir nur auf unser Zeitmanagement schauen. Wir planen unsere Zeit und gehen davon aus, wenn wir irgendwie Struktur und Organisation in die ganze Sache bringen und alle Aufgaben, die wir haben, in unseren Wochenplan setzen, dann müssen wir die auch schaffen, weil zeitlich passt es ja. Aber da lassen wir ganz außer Acht, dass Motivation und Energie auch eine unglaublich große Rolle spielen und mindestens genauso wichtig sind wie unser Zeitmanagement. Dass wir schauen müssen, wie wir motiviert bei der Sache bleiben, wie unsere Energie aussieht und wie wir die managen können. Deswegen werden wir heute natürlich auch darüber sprechen, wie wir im Zeitmanagement Anpassungen machen können und was dabei helfen kann, Prioritäten zu setzen und Dinge einzuplanen in der Woche, aber vor allem auch darauf, wie wir uns motivieren können und motivierende Ziele verfassen können. Aber bevor wir zu dem mehr praktischen Teil gehen und Tipps geben, wollen wir uns noch anschauen, was Produktivität und Konzentration überhaupt sind und wie das Ganze funktioniert im Gehirn. Was ist Produktivität? Produktivität ist per Definition das Hervorbringen von Produkten oder von Leistungen und Leistungsfähigkeit. Konzentration aus dem englischen Fokus bedeutet sorgfältige Aufmerksamkeit, die man einer Sache widmet, zum Beispiel einer Aufgabe und die Fähigkeit, seine volle Aufmerksamkeit auf eine Sache zu richten. Und wenn ich so die Definition von Konzentration lese, volle Aufmerksamkeit auf eine Sache, dann klingt das für mich erstmal ganz schön anstrengend. Und das ist es auch. Wir wollen hier ein bisschen auf Daniel Kahnemanns Systeme des Denkens eingehen. Er hat ein sehr bekanntes Buch geschrieben, Langsames und schnelles Denken, und er erklärt da, wie unser Denken funktioniert, dass wir in zwei Systemen denken. Und das erste System ist dafür da, schnelle Entscheidungen zu treffen, automatische Handlungen abzuwickeln, emotionale Entscheidungen zu treffen. Das passiert oft unbewusst. Denk zum Beispiel daran, wenn du die Entscheidung triffst, welchen Schokoriegel du kaufst oder Handlungen wie morgens dein Fahrrad oder dein Auto aufzuschließen oder wieder abzuschließen. Das passiert alles sehr automatisch und wie du dir vorstellen kannst, kostet das nicht so viel Energie. Dann gibt es aber noch das zweite System, wo unser logisches Denken passiert. Das braucht viel mehr Aufwand, das ist anstrengender, da passiert das logische Denken und wie du dir vorstellen kannst, auch Produktivität und Konzentration. Und da könnte man ja denken, okay, ich arbeite von 9 bis 5, dann arbeite ich einfach von 9 bis 5 mit System 2. So einfach geht das aber leider nicht, denn wir haben nur begrenzte Energie zur Verfügung und begrenzte Kapazität in System 2. Unser Gehirn macht ungefähr zwei Prozent unserer Körpermasse aus, aber verbraucht ungefähr 20 Prozent unserer täglichen Energie. Das ist ganz schön viel. Es ist also immer darauf aus, Energie zu sparen und so viel wie möglich im System 1 zu arbeiten und zu denken. Wir müssen also aktiv was dafür tun, in System 2 Denken reinzukommen und diese Kapazität auf das zu verwenden, wo wir produktiv sein wollen, wo wir konzentriert sein wollen. Es ist also wichtig zu verstehen, dass wir diese beiden Systeme haben und auch, dass die Kapazität von System 2 begrenzt ist. Hier passiert also der Fokus, also Konzentration und die tiefste Form von Fokus kann sich als Flow beschreiben lassen. Flow beschreibt einen Zustand, der ja ein Optimalzustand quasi von Freude und Kreativität und hundertprozentigem Engagements in einer Aufgabe oder Tätigkeit, in der es erscheint, dass alle Probleme verschwinden. Mihaly Csikszentmihalyi sagt dazu, dass die besten Momente in unserem Leben nicht die passiven entspannten Zeiten sind, sondern normalerweise die, wenn der Körper und Geist eines Menschen bis an seine Grenzen belastet wird, vielleicht sogar aus der Komfortzone heraustritt, um etwas Schwieriges und Lohnenswertes zu erreichen. Er ist auch der Psychologe, der das Konzept Flow beschrieben hat und das wollen wir im nächsten Teil ein bisschen, darauf wollen wir ein bisschen mehr eingehen. Ein Flow-Zustand kommt zustande, wenn unsere Anforderungen, also die Anforderungen der Aufgabe oder der Tätigkeit, mit der wir beschäftigt sind, proportional auch zu unseren Fähigkeiten stehen. Wenn nämlich die Anforderungen zu hoch sind und unsere in einem Bereich, in dem unsere Fähigkeiten vielleicht noch am Anfang stehen oder noch begrenzt sind, dann resultiert das eher in Angst. Das ist schwierig, in einen Flow, in einen Konzentrations- und produktiven Zustand zu gelangen. Wenn das andersrum ist, also wenn wir sehr gut sind in einer Sache und hohe Fähigkeiten haben, aber an etwas arbeiten, wo die Anforderungen sehr gering sind, resultiert das eher in Langeweile. Als Beispiel kannst du dir vorstellen, du spielst Tennis vielleicht schon ein paar Jahre, du bist schon ganz gut geworden und es steht ein Tennisspiel an und dein Gegenüber hält zum ersten Mal einen Tennisschläger in der Hand. Dann ist das Spiel wahrscheinlich nicht besonders spannend, vielleicht sogar ein bisschen langweilig oder frustrierend. Wenn du hingegen aber Rafael Nadal gegenüberstehen hast und auf einmal gegen ihn spielen sollst, werden wahrscheinlich die wenigsten von uns in einen Flow-Zustand geraten. Das ist vielleicht ein bisschen zu viel. Die höchste Wahrscheinlichkeit also, in einen Flow-Zustand zu gelangen bei deiner Tätigkeit ist, wenn dein Gegenüber oder dein Partner ein bisschen besser ist als du, sodass du noch herausgefordert wirst mit deinen Fähigkeiten. Und wir sprechen jetzt über das Konzept von Flow. Das bedeutet aber auf gar keinen Fall, dass wir davon ausgehen, dass wir durchgehend in einem Flow-Zustand sein müssen, um produktiv zu sein. Es ist aber gut zu wissen, dass es dieses Konzept gibt und dass wir aktiv etwas dafür tun können, konzentriert und produktiv zu werden, indem wir zum Beispiel unsere Anforderungen oder die Herausforderungen unserer Aufgabe hochschrauben. Nun haben wir uns ein bisschen mehr mit der Wissenschaft und Theorien zu Produktivität und Konzentration beschäftigt und wollen im nächsten Teil auf die Grundlagen hinter Produktivität eingehen, nämlich Zielsetzung und Prioritätensetzung. Denn wir müssen zuerst Ziele setzen, um Prioritäten zu setzen, um im Endeffekt uns auf etwas zu konzentrieren und produktiv zu sein. Stell dir vor, du schwimmst im offenen Wasser. Es kostet ganz schön viel Energie, dich über Wasser zu halten, aber du weißt gar nicht, wo es hingeht. Es ist auf jeden Fall produktiver und auch effizienter zu wissen, wo das Ziel ist, wie das aussieht und wie du am besten dahin kommst. Die Forscher Lock & Lethem haben sich viel mit Zielen und Zielforschung beschäftigt und haben herausgefunden, dass die motivierendsten Ziele und die Ziele, die zu den besten Ergebnissen führen, konkret und herausfordernd sein müssen. Über Herausforderungen haben wir ja gerade schon im Flow-Thema gesprochen. Es sollte also nicht zu einfach sein, einfach auch herausfordernde Ziele eher zu einem Ergebnis führen, was sich wie ein Erfolg anfühlt und was zufriedenstellend ist, das motiviert. Ein Ziel sollte auch konkret sein, denn es erzielt tendenziell bessere Ergebnisse, wenn man jemandem sagt, er solle zum Beispiel mindestens 80 Prozent in etwas erreichen, als wenn man demjenigen sagt, er solle sein Bestes tun. Eine Struktur, eine andere Theorie, die auf dieser Goalsetting Theory von Lock & Lethem ausgeht, die darauf basiert, sind OKRs. Das steht für Objective und Key Results, also auf Deutsch Ziele und Schlüsselergebnisse. Die Ziele beziehen sich dabei auf das, was wir erreichen wollen, also was ist das Wichtigste, was du in den nächsten ein bis drei Monaten erreichen möchtest. Und es sollte motivierend und inspirierend sein. Wenn ich mir zum Beispiel vorstelle, ich möchte in meiner Firma eine Beförderung erhalten, dann ist das sicher motivierend und das ist eines meiner Ziele, aber es ist gut zu hinterfragen, warum ich das möchte. Geht es vielleicht um die Gehaltserhöhung, weil ich mir damit ein Haus kaufen möchte? Oder geht es darum, dass ich in dem Unternehmen mehr Einfluss haben möchte bei wichtigen Entscheidungen? Wenn ich das verstanden habe, ist das umso motivierender und motiviert mich auf dieses Ziel hinzuarbeiten. Und um das Ganze konkret zu machen, formulieren wir daraus Schlüsselergebnisse. Die Schlüsselergebnisse beschreiben das Wie, also die Anhaltspunkte, die uns zeigen, ob wir auf dem richtigen Weg sind, wie wir das große Ziel erreichen können. Um das nochmal in einen Kontext zu setzen, bei den OKRs, beim Ziele setzen, gibt es erst eine breitere Vision, aus der konkretere Ziele formuliert werden. Und pro Ziel gibt es dann drei bis fünf Schlüsselergebnisse, auf die hingearbeitet wird. Und aus diesen Schlüsselergebnissen ist es viel einfacher, genaue Aufgaben zu definieren und Strategien zu entwickeln. Das verwenden sehr viele Firmen und um da ein Beispiel aus einem Arbeitskontext zu verwenden, stellen Sie sich vor, das Ziel einer Firma ist, die Besten in der Branche in Kundenzufriedenheit zu werden. Aber wie machen Sie das? Sie definieren also Schlüsselergebnisse, zum Beispiel mit den wichtigsten Kunden, mit den 100 wichtigsten Kunden, Feedbackgespräche zu führen, um daraus Learnings zu ziehen und die zu verwenden, um besser im Kundenservice zu werden. Ein anderes Schlüsselergebnis kann zum Beispiel sein, einen Net Promoter Score von mindestens acht zu erreichen. Das sind sehr konkrete Schlüsselergebnisse, aus denen sich dann für jeden Mitarbeiter konkrete Aufgaben entwickeln können. Und mit OKRs zu arbeiten, hat sehr viele Vorteile und um einige zu nennen, ist das zum Beispiel der Fokus, also jeder weiß, worauf er sich konzentrieren soll, was das Ziel ist. Es gibt eine Orientierung und Ausrichtung, wir wissen, wie wir dieses Ziel erreichen wollen und sie sind verbindlich. Denn in Unternehmen, die OKRs anwenden, sind diese transparent. Das heißt, jeder weiß, woran der andere arbeitet und es ist Verbindlichkeit da. Durch die Schlüsselergebnisse können die Ergebnisse nachverfolgt werden und wir können schauen, wie weit wir auf dem Weg zu diesem Ziel sind. Und außerdem kann es durch die Vision, die das Unternehmen hat, durch den Kontext, in dem diese Ziele stehen, immer weiter erweitert werden. Wir haben also jetzt ein bisschen über die Wissenschaft gesprochen, hinter Produktivität und darüber, dass wir zuerst einmal Ziele formulieren müssen und auch ein paar Theorien genannt, wie die aussehen sollten, diese Ziele. Und dann haben wir die Ziele definiert und dann kommt der Alltag. Das machen wir also, wenn E-Mails reinflattern, Gespräche verschoben werden, Veränderungen passieren in dem Unternehmen. Da kommt die Prioritätensetzung ins Spiel. Und ein schönes Tool dabei ist, Prioritäten zu setzen und Aufgaben zu priorisieren, ist die Eisenhower-Matrix. Und sie setzt sich daraus zusammen, oder die Einteilung der Aufgaben nach Prioritäten setzt sich daraus zusammen, wie dringend und wie wichtig die Aufgabe ist, an der wir arbeiten. Sie ist dafür da, Aufgaben einzuteilen. Und wenn eine Aufgabe sehr dringend ist, wie zum Beispiel für einen kranken Kollegen einzuspringen, der halt heute krank ist, das muss heute passieren. Und das ist gleichzeitig sehr wichtig, da dieser Kollege für wichtige Aufgaben verantwortlich ist, die an Schlüsselergebnissen arbeiten oder auf das Ziel hinarbeiten, dann wird diese Aufgabe erledigt. Das ist also die Priorität. Wenn es Aufgaben gibt, die dringlich sind, die erledigt werden müssen, aber die vielleicht nicht besonders wichtig sind für unsere eigenen Ziele, dann können wir die vielleicht delegieren. Schau vielleicht, ob E-Mails delegiert werden können oder Aufgaben, die zu Zielen anderer Mitarbeiter beitragen, an diese Mitarbeiter übertragen werden können. Natürlich gibt es auch Aufgaben, die sehr wichtig sind, aber nicht besonders dringlich, weil zum Beispiel die Deadline noch nicht so nah ist wie zum Beispiel ein Endmonatsbericht. Dann heißt das nicht, dass wir die Aufgaben weglassen oder ignorieren, sondern wir planen sie ein für dann, wenn sie dringlicher werden. Natürlich gibt es da auch noch ein letztes Feld an Aufgaben oder Tätigkeiten, die weder zu dem Ziel beitragen, also weder wichtig sind noch dringend, wie zum Beispiel durch soziale Medien zu scrollen. Die sind dafür da, sie zu eliminieren. Und das ist ein Tool, was viele gerne anwenden, um ihre Aufgaben in der Woche einzuteilen, einzuplanen, zu erledigen. Und da hinzufügen würden wir gerne eine Metapher von Covey. Er stellt sich vor, dass unsere Woche, unsere Zeit, die Kapazität wie ein Glas ist und dass unsere Aufgaben Steine sind. Große Steine, Kieselsteine, je nachdem, wie schwierig, zeitaufwendig die Aufgabe ist. Und dann kannst du dir vorstellen, dass wenn du die Kieselsteine, also die ganz kleinen Aufgaben, alle zuerst in das Glas füllst, dass es ganz schön schwierig sein kann, die großen Brocken da noch reinzukriegen, bevor das Glas voll ist. Wenn wir aber zuerst die großen Steine einplanen, dann passen die Kieselsteine normalerweise schnell darum herum. Wir sind nun beim Thema Prokrastination angelangt, denn wir haben Ziele formuliert. Wir wissen, wie wir unser Zeitmanagement behandeln. Also wir können Prioritäten setzen und Sachen einplanen. Ja, aber wir alle haben in unserem Leben hier und da mit Prokrastination zu tun. Das muss nicht im Arbeitsleben sein. Das kann auch im Privatleben sein, wenn wir zum Beispiel den nächsten Zahnarzttermin aufschieben oder den Fitnessstudiebesuch doch lieber morgen machen als heute Abend. Vielleicht kannst du dein eigenes Beispiel finden und dich hier fragen, wann und warum du prokrastinierst, wenn das ein Thema für dich ist. Prokrastination ist per Definition das absichtliche oder freiwillige Aufschieben von Tätigkeiten oder Aufgaben, obwohl wir um die negativen Konsequenzen davon wissen. Warum machen wir das alle? Wir wissen ja, was für Konsequenzen das mit sich bringt. Dafür gibt es verschiedene Gründe. Vielleicht hast du dir schon einen Moment Zeit genommen und mal überlegt, wann du am meisten prokrastinierst und warum du denkst, dass du das tust. Und sehr häufige Gründe sind zum Beispiel, wenn die Aufgaben, die wir aufschieben, überwältigend oder unangenehm oder vielleicht sogar langweilig sind. Das sind alles keine so schönen Gefühle, die wir lieber umgehen. Und so kommt Prokrastination oft zustande. Wir wollen uns nicht überwältigt fühlen oder ängstlich fühlen vor einer Aufgabe, bei der wir das Gefühl haben, wir können sie nicht schaffen. Wir wollen uns auch nicht langweilen mit einer Tätigkeit, die keine Herausforderung darstellt. Also tun wir einfach etwas anderes. Ablenkungen sind natürlich auch ein großer Faktor. Da kannst du dein Umfeld anschauen, was dich vielleicht ablenkt, wenn du dich eigentlich konzentrieren möchtest. Und Perfektionismus und die Angst, Fehler zu machen bei der Aufgabe, sind auch Gründe dafür, dass wir prokrastinieren. Und wir können verstehen, warum wir das tun, aber wir müssen ja auch irgendwie damit umgehen. Und da ist ein erster Schritt, dir bewusst zu werden, was passiert, wann prokrastinierst du und warum. Die Frage habe ich dir gerade schon gestellt. Vielleicht hast du dich in ein paar dieser Gründe schon wiedergefunden. Und oft passiert es sehr unbewusst, dass wir prokrastinieren. Wenn wir Angst aus dem Weg gehen, dann wissen wir nur, dass wir gerade was anderes tun, aber verstehen nicht unbedingt, warum. Denn das passiert in System 1, wenn du zurückdenkst an die zwei Systeme des Denkens. Das ist vielleicht eine emotionale Entscheidung, eine automatische Entscheidung, negativen Gefühlen aus dem Weg zu gehen, die das Gehirn sehr gerne anwendet. Und wenn wir das verstanden haben, wenn wir uns damit auseinandergesetzt haben, warum wir prokrastinieren, können wir damit umgehen, indem wir die Bedürfnisse, die hinter der Prokrastination stecken, berücksichtigen und verstehen. Und dann können wir uns fragen, wie wir dieses Bedürfnis auf produktivere Weise erfüllen können. Wenn es zum Beispiel ein Gefühl der Überforderung ist, wenn der Anspruch einfach zu hoch ist von der Aufgabe, dann können wir zurückgehen. Denk vielleicht an das Flow-Diagramm, das um gute Konzentration und Produktivität zu erreichen, dass wir die Anforderungen vielleicht ein bisschen runterschrauben können. Vielleicht können wir uns Hilfe dazu holen oder vielleicht unsere Fähigkeiten ausbauen. Wenn es an Perfektionismus liegt oder Angst, Fehler zu machen, das ist auch ein Thema, was wir oft wiederfinden in unseren Gesprächen bei OpenUp, dann können wir Glaubenssätze hinterfragen. Oft steckt dahinter der Glaubenssatz, dass wir es nicht schaffen können, nicht gut genug sind oder dass alles, was weniger als perfekt ist, nicht gut genug ist. Das können wir hinterfragen und damit arbeiten. Wir können auch mehr Ruhe schaffen, gerade wenn Angstgefühle daraus entstehen und uns Unterstützung holen, zum Beispiel mit Freunden oder Kollegen oder dem Vorgesetzten sprechen. Zuletzt ist da die fehlende Motivation, die natürlich auch oft eine Rolle spielt. Es sind nicht alle Tätigkeiten und Aufgaben zufriedenstellend. Nicht alle machen Spaß, da sind auch einfach nervige oder langweilige Sachen bei. Das kann passieren. Also kann die erste Frage sein, muss ich das gerade wirklich tun? Und wenn die Antwort darauf ja ist, dann ist unser Tipp, isst den Frosch zuerst. Und der Frosch bezieht sich auf das Schwierigste oder das Unangenehmste, den unangenehmsten Teil der Aufgabe oder der Tätigkeit, denn danach fällt der Rest normalerweise leichter. Um Motivation zu schaffen, kannst du dich auch auf die positiven Ergebnisse konzentrieren. Und das muss nicht unbedingt ein messbares Ergebnis sein, wenn du an die Schlüsselergebnisse zum Beispiel denkst, sondern das kann auch sein, zu schauen, wie fühlst du dich, wenn du diese Aufgabe hinter dir hast. Bist du dann stolz? Bist du erleichtert? Und was für ein Zeitfenster öffnet es, wenn du die Aufgabe geschafft hast? Was kannst du danach genießen? Was kannst du machen, was dir gut tut, worauf du wirklich Lust hast? Es waren nun ein paar Tipps dafür, mit Prokrastination umzugehen. Und bevor wir die Masterclass beenden, wollen wir noch auf ein paar weitere hilfreiche Tools hinweisen. Und das Erste, was ich sehr wichtig finde, ist zu überprüfen, wie du isst, wie du schläfst, wie du dich ausrufst und Energie tankst, was dir Energie raubt, also wirklich deinen Lebensstil, dein Umfeld und deine Gewohnheiten anzuschauen. Ganz wichtig hier ist, wieder zu schauen, dass es bei Produktivität und Konzentration nicht nur um Zeitmanagement geht. Wie gesagt, es ist auch unglaublich wichtig, dass wir motiviert sind und dass wir unsere Energie einteilen. Schau also, was die Energie gibt, was die Energie zieht, um da eine gute Balance zu schaffen. Ganz wichtig hier ist, Pausen zu machen, regelmäßige Pausen. Denn wenn du das Gefühl hast, dass dir alles über den Kopf wächst, dass du unglaublich gestresst bist, ist meistens der Moment, wo die Pause am notwendigsten ist. Ein zweiter Tipp ist, Grenzen zu kommunizieren. Denk daran, dass ein Ja zu einer Aufgabe auch immer ein Nein zu einer anderen Aufgabe oder zu jemand anderem ist. Und das kann kommuniziert werden, was sehr hilfreich ist. Denn wann möchtest du dich konzentrieren und Sachen schaffen? Vielleicht machst du dann die Bürotool zu und klebst einen Zettel an die Tür oder du kommunizierst es online im internen Chat oder veränderst deinen Status auf abwesend. Schau also auch, was dein Umfeld dazu beitragen kann, weniger abgelenkt zu sein, weniger abgelenkt zu werden und dich besser zu konzentrieren. Weiterhin raten wir von Multitasking ab. Das funktioniert leider nicht. Und auf jeden Fall solltest du die kleinen Erfolge feiern. Da beziehen wir uns wieder nicht nur auf messbare Erfolge, die natürlich auch, sondern auch darauf, wenn du mal deine Extrapause eingelegt hast. Denn, wie schon gerade erwähnt, kann das gerade, wenn einem alles über den Kopf wächst, extra schwierig sein, aber macht einen sehr großen Unterschied. Wir sind nun mal am Ende dieser Masterclass angelangt. Wir hoffen, dass du ein paar Einsichten, Einblicke, ein paar hilfreiche Tipps mitnehmen kannst daraus. Aber vielleicht sind ja auch Fragen da entstanden. Schau, was für dich relevant ist, was für Fragen für dich entstehen. Vielleicht möchtest du die ja mit uns teilen oder dich an jemanden von uns wenden. Wenn du also ein Thema mit Konzentration oder Produktivität hast oder ein anderes Thema im Bereich der mentalen Gesundheit, dann wende dich sehr gerne an uns bei Open Up. Kurz Gud, bitte sehr gerne an uns bei wegen. Auf Wiedersehen. Untertitelung des ZDF, 2020